Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie es mit den bösen Ohmen weitergeht. Weil in der letzten Folge haben wir es ausgelöst in einem Dorf. Und da hinten, da hinten, da sind sie schon und wollen das Dorf angreifen. Und wir müssen jetzt das Dorf verteidigen. Ja, noch ist es ja einfach eigentlich. Ist jetzt nicht so schwer, aber wir holen uns die Sachen, diese... Die sind nämlich gut. So, es war noch irgendwo einer, weil es war ja nicht der Einzige. Irgendwo müsste noch einer sein. Wow. 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 da war wohl auch da ist auch schon so waren das jetzt schon alle oder müsste jetzt noch einer kommen oder hat sich noch irgendwo einer versteckt weil ich sie gerade keinen mehr also ich sehe keinen mehr ich gucke jetzt noch mal rum vielleicht finde ich ja noch ein Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.